Warum gibt es eigentlich überhaupt sowas wie Stress? Ich werde immer wieder gefragt, was kann ich gegen Stress tun? Fragen wir uns doch zunächst, was Stress eigentlich ist. Allgemein gesagt, ist er unser Begleiter, solange wir leben. Und wir verdanken ihm jeden Fortschritt, den wir machen, jeden persönlichen Fortschritt. Immer wenn wir eine höhere geistige oder körperliche Stufe erreicht haben, dann hat das etwas damit zu tun, dass wir Stress haben. Und im Grunde genommen ist Stress eine Reaktion auf eine Bedrohung. Das ist schon mal ganz wichtig. Stress wird nicht, Achtung, durch die Bedrohung selbst ausgelöst, sondern es ist meine, deine Reaktion darauf. Und Stress können wir körperlich immer messen. Das heißt, es gibt immer eine körperliche Reaktion durch Stress und die können wir in unserem Blut messen. Wenn wir uns jetzt Blut abnehmen, können wir es ganz klar messen. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Stressor, das ist das, was unserer Meinung nach den Stress auslöst, und unserer Stressreaktion, also das, was tatsächlich den Stress auslöst. Und das ist immer unsere innere Bewertung. Viele Menschen wollen dann versuchen, Stress zu vermeiden. Und damit meinen sie, dass sie bestimmte Situationen vermeiden wollen. Aber es gibt in diesem Universum einfach nichts, was nicht als Stressor fungieren könnte. Alles kann Stress auslösen. Wirklich alles. Selbst bloße Gedanken und eingebildete Gefahren können Stressoren sein. Wenn du wiederholte Auseinandersetzungen hast, wenn du ständigen Lärm erlebst, ja selbst Einsamkeit, Multitasking, Termindruck, aber auch schwere Krankheiten, ebenso aber auch Perfektionswahn und Ehrgeiz, all das können Stressoren sein. Denkt daran, der Stressor löst nicht den Stress aus. Das macht deine innere Bewertung. Und die meisten Menschen haben hier die Tendenz, Dinge innerlich überzubewerten. Das heißt, sie bauschen die Dinge auf. Und so machen sie sich selber Stress. Fragen wir uns doch mal, warum gibt es eigentlich überhaupt sowas wie Stress? Dazu müssen wir jetzt einfach in unsere Vergangenheit schauen, zu unseren Vorfahren. Und dann sehen wir, die hatten fast täglich Gefahr für Leib und Leben. Und da war es durchaus sinnvoll, ständig in Alarmbereitschaft zu sein. Denn wenn sie dann fliehen mussten oder kämpfen mussten, dann konnten sie das dann auch sehr schnell tun, weil sie in Alarmbereitschaft waren. Mit anderen Worten, unser Körper ist so aufgebaut, dass das Stresssystem lieber einmal zu oft, als einmal zu wenig hochgefahren wird. Besser laufen wir also schon beim ersten Geräusch weg, als später festzustellen, uh, war doch ein Tiger, ich hätte besser weglaufen sollen. Wer damals sehr tiefenentspannt war, schon richtig entspannter, der hatte wirklich schlechte Überlebenschancen. Wir haben also gelernt, selbst mit schwächeren Stressoren mit relativ starkem Stress zu reagieren, also eigentlich überzureagieren. Das muss aber heute so nicht mehr sein. Wir haben gesagt, alles kann ein Stressor sein. Das kommt auf unsere innere Bewertung an. Die bestimmt dann unsere Stressreaktion. Wir können mit unserer inneren Bewertung Stress nach oben regulieren, dass wir mehr Stress haben. Wir können ihn aber auch nach unten regulieren. Alles durch unsere Bewertung. Es gibt also Stressverstärker und Stressdämpfer. Die schlechte Nachricht ist, meist findet das alles unbewusst statt. Das ist so ein ganz autonomer Vorgang. Das heißt aber nicht, und das ist jetzt die gute Nachricht, dass wir uns diesen Prozess nicht immer bewusster machen können und ihn dann steuern können. Wir können also nicht die Stressoren vermeiden. Das ist unmöglich. Das wäre auch der völlig falsche Ansatz. Aber wir können lernen, unsere Stressreaktion zu steuern, indem wir die Stressverstärker in den Griff bekommen und die Stressdämpfer verstärken. Das wollen wir miteinander heute lernen. Woher weißt du, dass du Stress hast? Das kann sich ja sehr unterschiedlich äußern. Da gibt es Menschen, die knirschen nachts mit den Zähnen. Kennst du die so? Oder das sind Menschen, die kalte Hände haben. Auch durch Übelkeit, durch plötzliches Schwitzen, durch Ohrgeräusch, durch Rückenschmerzen, auch durch Durchfall, Heißhunger. Das sind alles körperliche Auswirkungen. Und so wie du körperliche Schmerzen haben kannst, kannst du auch emotionale Schmerzen haben. Emotionale Schmerzen, das sind Angst, das ist Ärger, Launigkeit, Konzentrationsstörungen, Traurigkeit, so eine innere Unruhe, so ein zappelig sein. Das sind geistig-seelische Schmerzen. Und in der Folge sind wir dann reizbar. Wir reagieren über oder wir bilden nervöse Ticks aus. Irgend so was. Das sind dann Auswirkungen von Stress auf unser Verhalten. Es ist wichtig, dass du im ersten Schritt erstmal dein eigenes Stressmuster erkennst. Hast du Stress? Und wenn ja, wie äußert sich das? Was ist eigentlich das Gegenteil von Stress? Das ist jede Form von echter Entspannung. Wir können also sagen, dass jede Form von Anspannung, auch wenn sie positiv ist, immer ein Quäntchen Stress enthält. Deswegen ist Stress aber per se natürlich nicht schlecht. Im Gegenteil. Ein gewisses Maß an Stress ist gut für unser Wohlbefinden. Und die Natur hat es so eingerichtet, dass wir Stress durchaus auch mögen. Kann uns nämlich sogar einen Kick geben. Und jeder Fortschritt hat damit zu tun, dass wir Stress erlebt haben. Also wäre es nicht der richtige Weg, einfach jetzt zu versuchen, Stress aus unserem Leben zu verbannen. Der richtige Weg wäre, eine Stress-Mastery anzustreben. Das bedeutet nicht, im stressfreien Bereich sein zu wollen, sondern es bedeutet, dass wir das richtige Verhältnis zwischen Verstärken und Dämpfen von Stress finden. Also, dass wir unsere innere Bewertung anders vornehmen. Sehen wir uns an, was körperlich passiert, wenn du Stress hast. Du schüttest dann zunächst einmal Adrenalin aus. Das passiert explosionsartig und isst nur von ganz kurzer Dauer. Du hast dann mehr Sauerstoff, dein Blutdruck steigt, dein Blutzucker geht nach oben und schon nach wenigen Minuten ist alles wieder abgebaut und dein Körper kann wieder zur Ruhe kommen. Wenn da nicht der zweite Stoff wäre. Das Cortisol. Das ist ein teuflisches Zeug, könnte man denken. Cortisol hat im Grunde genommen die gleichen körperlichen Auswirkungen wie Adrenalin. Aber das ist nicht ein paar Minuten weg, das hält viel länger. Nämlich mehrere Stunden. Das heißt, du hast jetzt mehrere Stunden durch dieses Zeug einen höheren Blutdruck, einen höheren Blutzucker und dadurch kannst du da nicht einschlafen. Jetzt muss ich mal fragen, wofür brauchen wir sowas? Wofür brauchen wir Cortisol? Reicht nicht einfach Adrenalin? Nein, es war biologisch auch sinnvoll, dass Cortisol ausgeschüttet wird. Denn wir mussten darauf vorbereitet sein, dass die akute Gefahr nicht sofort vorbei war. Wenn wir also angegriffen wurden, konnte ja der Feind nach dem ersten Angriff noch stundenlang in der Nähe sein. Und da war es besser, dass wir das System nicht wieder runterfahren nach dem ersten Angriff. Also nicht wieder auf Null bringen. Denn wenn wir wieder angegriffen werden würden, dann müssten wir es erst wieder langsam hochfahren. Es war also gut, in einer ständigen Alarmbereitschaft zu sein. Und die Botschaft an unseren Körper war, bleib wachsam. Sei bereit. Entspann dich nicht zu früh. Vielleicht so eine Kampfsporthaltung. Entspann dich nicht zu früh, sonst bist du tot. Aber das ist es, was uns heute dann zu schaffen macht. Dass unser Körper in einer lang andauernden, so eine linearen Alarmbereitschaft gehalten wird. Denn genetisch haben wir seit der Zeit unserer Vorfahren uns nur ganz, ganz minimal verändert. Wir denken, wir sind so schlau. Aber wir haben uns weniger als ein Zehntel verändert. Aber unser Lebensstil, der hat sich nahezu um 100 Prozent verändert. Wir haben jetzt also eine viel größere Zahl von Stressoren, die es früher so gar nicht gab. Und wir können dabei körperlich meist ganz, ganz wenig tun. Wenn wir also eine negative E-Mail bekommen, ja, dann werden wir nicht die E-Mail lesen und dann erst mal einen 10-Kilometer-Lauf machen. Das heißt, wir können Cortisol viel weniger abbauen als früher. Das war nämlich damals unser Weg. Durch körperliche Leistung haben wir Cortisol abgebaut. Und heute bewegen wir uns nicht so oft und dann haben wir ein doppeltes Problem. Stell dir vor, du wärst ein Steinzeitmensch. Und du müsstest jetzt einige Stunden, und du wirst dahin gebeamt aus der Vergangenheit in eine Großstadt und da müsstest du einige Stunden verbringen. Dann kannst du dir vorstellen, wie viele Stressoren ein solcher Steinzeitmensch erlebt, die er sich vorher nicht mal ansatzweise hätte vorstellen können. Da kommt ein Auto, fliegt ein Flieger über ihn. Und dann diese ganzen Menschen und die ganzen Lichter und die Geräusche. Und dann hat irgendein Laden die Tür offen, dann kommt die Lalla raus. Der wäre in kürzester Zeit mit seinen Nerven fertig. Wenn wir Kurzstress haben und wenn wir uns danach wieder erholen können, dann ist alles gut. Aber chronischer, linearer Stress wirkt wie eine Dauerbehandlung mit Cortison. Wir können dann zuckerkrank werden, weil wir eine Insulinresistenz aufbauen. Wir bekommen Fettstoffwechselstörungen, zu hohes Cholesterin und so weiter. Unser Blutdruck wird zu hoch sein, dauerhaft. Wir können Osteoporose bekommen, wir können ein Burnout erleiden und auch in eine schwere Depression rutschen. Und dann beginnt der Teufelskreis. Wir werden krank und die Krankheit selbst erzeugt dann neuen Stress. So, erstmal ein Zwischenfazit. Wir brauchen also Stress. Aber wir sollten nicht zu lange gestresst sein. Wir brauchen heute einen mittleren Stresslevel und wir müssen lernen, dass wir das Cortisol wieder herunterfahren können. Mit anderen Worten, wir müssen lernen, einen guten Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung herzustellen. Zwischen Stress und Entspannung. Wobei wir jetzt das Wort Entspannung gar nicht mehr nutzen wollen. Ich habe es nur bis jetzt benutzt, weil es so gut gebräuchlich ist. Aber wir sollten das gar nicht auf Dauer tun, denn in dem Wort Entspannung steckt das Wort Spannung. Und dann hat unser Unterbewusstsein gar kein Bild zu Entspannung, sondern zu Spannung. Ganz bestimmtes Bild. Wir können ja nicht sagen, denke nicht an einen rosa Elefanten. Denke nicht an einen rosa Elefanten. Wir können uns Entspannung nicht anders vorstellen als Spannung. Nennen wir es also locker. Wir brauchen einen Wechsel zwischen Stress und Lockerheit. Das ist die Lösung. Wenn wir das hinkriegen, dann wird Stress nicht linear. Und wenn wir Stress haben und danach wieder in die Lockerheit kommen, dann ist das überhaupt kein Problem. Es gilt hier, wie für so vieles, auch für den Stress, die Dosis macht das Gift. Die Dosis. Wenn du zu viel Aspirin nimmst, bekommst du eine lebensgefährliche Vergiftung. Aber eine Tablette kann dir unter Umständen als richtig gutes Schmerzmittel dienen. Die richtige Dosierung ist aber bei jedem Menschen anders. Du musst also feststellen, wie das bei dir ist. Wie viel tut dir gut? Und wie viel tut dir nicht mehr gut? Wobei sich das auch verändern kann. Soгу.